Ach ja, hier sind wir wieder. Läuft Musik? Ja, okay, okay, okay. So, da hatten wir schon durchgeguckt, ne? Oh Mann, wie war das nochmal? Jetzt muss ich mich nochmal hier einfinden in der Steuerung. Genau, ich glaube, da geht's dann hin, aber wir müssen da erstmal hin. Frage ist, wie kommen wir hier hin? Wahrscheinlich mit dem Flieger, ha? Hier mit dem, gibt's hier noch irgendwas zu tun? Nö. Tja, Jungs, dann würde ich sagen... Oh oh, jeder ein. Klaps auf den Po? Das stimmt. Die Jungs hier mit dem Klaps auf den Po. Ich hoffe, ich muss jetzt hier nichts mehr machen. Scheiße! Ich hab gedacht, ich muss die irgendwie hochsegeln, weil ich... Weil die so runtergegangen sind und dann hab ich die Aktionstasten losgelassen. Scheiße! Fuck! Scheiße, da sind die anderen kleinen Jungs gestorben. Ja, ich weiß nicht, vielleicht muss ich irgendwie... Komm schon! Steuert, steuert! Jungs! Ihr müsst doch irgendwas... Oh, ja, 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 ja! Was tun die? Okay. Das kommt schon wieder. Oh, ein bisschen Koala, nein! Okay, ich weiß noch nicht, wie ich da fliegen soll. Vielleicht fliege ich da erstmal ein Weilchen geradeaus. Das ist vielleicht das Beste. Okay. Also noch einmal. Also, das ist ja nicht lustig hier. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja. So, und jetzt... Das hat er also nichts gebracht. Boah, die Armen! Wie sie da hängen und dann auch noch hangeln müssen, ja? Komme ich da irgendwie rum? Oh. Oh, nein! Zeig mir mal, was lang geht. Ja, 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 ja. Ja! Ich denke, ich muss ins Loch fliegen. Oh, oh! Oh, doch, 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 doch! Darunter? Ja, ja. Jetzt lacht ihr noch. Ah, 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 ah. Oh, nicht so schön! Oh, nein, das ist nicht lustig. Wie, es geht hier noch weiter? Oh! Sieht ja geil aus, aber... Wie soll ich denn jetzt hier... Okay, okay, aufwinde, aufwinde! Krieg ich einen Aufwind? Oh, nein, die Armen! Wo soll ich denn da lang? Hm! Ja, das mit den Fliegen üben wir besser noch mal. Katzen Gamer macht einen Puckel vor lauter... ...entsätzen. Junge, du... Junge, trink mal einen Kaffee! So. Achso? Das ist also so, sie müssen definitiv auf den Seiten stehen, ja? Okay. Wohohoho, genau. Also, ich denke, es war nicht verkehrt, da in dieses Loch zu fliegen. Ich habe allerdings gedacht, dass die vielleicht irgendwie da jetzt gleich aufsetzen und von... ...ja, von da aus dann laufen. Oh, 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 oh. Wenn sie fliegen, machen sie besonders seltsame Geräusche, muss ich sagen. Hey, Lasso! Grüß dich! Ja. Ach, Kids. Ihr müsst doch erstmal irgendwie rausfinden, wo ihr langen müsst. Na, noch weiter hier rüber. Ja, ich denke nicht, dass sie da rein müssen. Oder? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ja, 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 ja. Oh, okay, okay, okay. Oh, oh nein, sie haben sie den kaputt gemacht! Scheiße! Oh, Mann. Oh, toll, jetzt geht das Teil kaputt. Nein, 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 nein! Oh, Jungs! Oh, Jungs! Was machen wir denn jetzt? Ich habe keine Ahnung, wo es hingeht. Oh, nein. Nein, 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 nein. Ihr habt keine Ahnung. Okay, okay, sie schaffen es irgendwie. Boah. Hallo? Lassen wir groben Unfug verbreiten, wie immer. Eine Burg. Ob das... Müssen wir wirklich hier hin? Ganz im Ernst? Alter, wir nehmen jetzt das Seil hier. Komm schon. Okay. Und jetzt? Jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder hochklettern, ne? Ja, ja, okay. Ach so. Ja, ja, ist ja ganz einfach. Hört mal an, ein Jumping Puzzle bei Guild Wars 2 ist ja nix dagegen. Wo ist dich schon drauf? Das ist ja toll. Okay, Jungs. Erst mal nach oben. Jetzt bin ich gespannt, wie wir das machen sollen. Ob wir irgendwas mit dem Seil machen sollen? Erst mal hier so rüber, vielleicht. So wie du nicht? Na gut. So, der Kleine hält sich erst mal weiter fest. Und der andere, würde ich sagen... Okay. Kleiner, du musst mal, glaube ich, hinterher. Bitte sag nicht, dass ich das gleichzeitig machen muss, weil das Seil zwischen denen ist doch echt mies kurz. Ich versuche es erst mal einzeln. Wie war das jetzt noch loslassen? Oh! Oh! Hoppala! So war das aber nicht geplant. Ach, warum nicht? Okay. Ähm, vergleichbar. Spendend hier, es hilft hier und dort und überall. Oh Gott. Oh Gott, Felix! Hilft jetzt schnell in einen Radjas Stahl. Das ist ein Spendentier. Und dafür danke ich dir! Dankeschön, Felix! Schleiß dich an! Schleißt dich an und springt vorsichtig auf den Tisch und legt ein Trinkgeld hin und flitzt wieder weg. Das ist gar nicht, ich habe mich auch voll erschreckt. Ich hoffe, ich habe mich auch voll erschreckt. Nein! Verdammte Hacke! Oh scheiße, wie mache ich das denn? Nochmal danke dir, Felix. Du hast und kannst einem ja auch echt den Rest geben in so einer Situation. Sop, 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 wupp, wupp, wupp. Wie mache ich das denn? Können die beide an eins springen? Ich glaube nicht. Kannst du jemanden? Ich habe voll erschrocken. Scheiße, scheiße, scheiße. Wie mache ich das denn? Irgendwie kriegt es noch nicht mal hin, dass der da rüber springt. Hä? Okay, es ist keine lustige Stimme. Das kann ich mal so sagen. Okay, so ist in Ordnung. Ihr könnt nicht hier irgendwas noch machen. Wette, der schwingt sich jetzt da rüber. Nein, das finde ich gar nicht lustig. Okay. Okay. Wuff! Das ist eine schöne Schokolade. Okay. Hm. Nein. Okay. Ich würde sagen, wir machen erst... Nein! Oh, der kann sich schwingen. Oh, der kann sich schwingen. Sehr schön. Okay, okay, okay. Jetzt ist es einfach, hoffe ich. Okay. So, Brüderlein, komm. Tanz mir. Das ist nicht gut, glaube ich. Oh, das ist doch gut. Das war jetzt aber Glück. So? Was? Äh, sie sind ja so toll. Das ist ja unglaublich. Verdammt, wartet mal. Der eine muss eher... Ich habe sie jetzt genau andersrum. Das heißt, der große, den muss ich unbedingt auf die andere Seite packen. Sonst kriege ich das nicht hin mit der Steuerung. Ach. Herrschaftshalten. Ja, wartet doch. Der Kleine rennt schon mal weg hier. Ah. Du hast den Text vom Ton gesehen. Hast dich trotzdem erschreckt. Oh, das ist aber gemein. Willis kann das mit dem groben Unfug auch. Also, du hättest da also eine Idee. Alter, Alistran will tanzen. Ciao, ciao. In the house. Schwing, schwing. Das ist physikalisch unmöglich, aber trotzdem toll. Das stimmt. Das stimmt. Können die Jungs jetzt bitte das Benzel wieder abmachen? Ich finde das nämlich total gruselig. Warum ist die Kamera so doof? Ich finde die Kamera doof. Hallo? Könnt ihr mal bitte auf die richtige Seite gehen? Und jetzt? Tatsache, sie krabbeln drüber. Alles gut. Alles gut. Das ist ekelig, wie die Dinger da gerade an ihren Hintern runterhängen. Das ist nicht so schön. Oh, okay. Okay, der... Äh. Hallo? Äh, Kleiner? Er schwingt einfach mal. Okay. Der Große! Er ist so toll, ehrlich. Der Große. Ob der wohl einen totalen Überschlag schafft? Wee! Fast. Konzentration! Oh, scheiße! Die Dinger gehen auch noch kaputt. Okay. Von den anderen sind die schon ab die Schalen. So schnell wollte ich das nicht machen. Okay. Oh, okay. Oh! Oh! Ach, der ist dran. Klettert auch immer einfach so weiter, wenn unten irgendeiner so rumschwingt. Ihr müsst wieder die Plätze tauschen. Sonst geht das nicht gut hier mit euch. Oh, okay. Äh, Moment. Das ist so genial. Ich muss immer gucken, welcher jetzt... Werden wir jetzt springen? Wuhu! Geschafft! Das wurde extra für die gebaut. Ist das ein geniales Spiel, was sowas angeht, ne? Großartig. Oh nein! Was kommt da jetzt? Und es gibt immer mehr von solchen Sachen. Oh Gott. Eins. Zwei. Drei. Auf da, genau. Vor allen Dingen wieder Kleine. Das schafft den Großen hier so zu schwingen, ne? Großartig. Okay. Der schafft das bestimmt. Ja! So, jetzt schwingst du auch bis da hoch. Gut. Ja, und? Einfach hoch. Ob die es schaffen? Ja! Sehr schön. Wie gut, dass die beiden mit einem Seil verbunden sind. Das macht mich so gar nicht nervös. So gar nicht. Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Okay. Oh, verdammt. Der Kleine muss hier weiter. Und der Große ist wahrscheinlich hier so. Ja, 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 ja. Ich kann überhaupt nicht gut sehen. Irgendjemand hatte gesagt, man kann das Spiel gar nicht ohne Controller spielen, ne? Ich finde es aber ziemlich mies, dass der Controller die ganze Zeit rabbelt. Ich glaube, ich sollte das ausstellen. Das macht mich ja so fertig. Wir müssen gleich wiegen, aber absolut. Gut, der eine, der Kleine ist ja auch total dick. Das sieht man ja. Der ist ja, guck mal. Das ist ja Moppelbruder. Ich hätte das niemals anbauen lassen. Dann kommen Kinder und machen so was. Ne, da geht's wohl nicht hin. Müssen wir wohl raus wieder. Das geht weiter. Krieg ich mal eine Bank hier langsam, dass ich mal gucken kann, wie geil das aussieht? Die große Frage hochwertet. Meine Finger sind so flipschig hier. Boah, es ist schrecklich. Okay. Bruderlein, komm schwing an mir. Und, ja. Und. Ja. Äh. Oh, im Ernst? Oh. Hui. Shit. Das ist nicht so gut gewesen. Vielleicht da dran? Nein. Scheiße. Ich glaube nicht, dass der hier irgendwo dran schwingen soll. Nee. Ich glaube, die sollen einfach hoch. Ja. Okay. Ladesequenz. Ladesequenz. Der Kleine ist halt ne Dirn. Genau. Ist auch eine Treppe. Umba. Heilige Scheiße, hat der eine gesagt. Alter. Nein, das sind Karpien oder so. Wette. Wette. Wie ich immer sage. Alter. Alter. Genau. Ihr müsst euch bitte hier wieder orientieren. Ich gucke aber. Kann ich nicht erst mal gucken, was wir sonst noch hier haben? Vielleicht irgendwo eine Bank, wo wir uns mal draufsetzen können, um zu gucken, wie sieht's hier aus und so. Verdammt. Eigentlich will ich gar nicht wissen, wo wir uns da schon überall entlang geschwungen haben. Hier sind irgendwelche Viecher drin. Riesenbücher? Oh. Das ist ein Turm von einem Riesen. Oh. Eine Eule. Oder sowas. Oh. Gleich kommt. Wer hat in meinem Bettchen geschlafen? Wer hat an meinem... Ne, du kannst schon hier rauf gehen. Ist doch kein Problem. Die Kleine kann ja auch. So. Mhm. Junge. So. Erst mal der Kleine. Dann der Große. Der Kleine hat... Der muss immer vom Gewicht her erst mal gucken. Oh je. Oh je. Oh nein. Oh Gott. Da liegt... Da ist doch nicht Blut, oder? Hallo? Hey. Genau. Hey. Hm. Okay. Okay. Irgendwie müssen wir das aufkriegen. Hängt das Ding an einem Seil? Oh ja, hängt es. Oh, zumindest hier an der Kette. Kriegen wir das bestimmt auf. Wartet mal. Oh, nicht genau. Du doch nicht. Aber guck dir da erst mal die Bilder an. Kann das sein, dass der eine Chimere gezüchtet hat, der Typ? Also ich meine, hat sich anscheinend der Riese hier für Vögel interessiert. Das ist ja ein Greif. Hat ja meine Stimme, kann ganz toll nachmachen. Das glaube ich. Und nochmal hoch. Verdammt. Okay. Hoch! Wieso ging das nicht? So. Wie soll ich denn da hochkommen? Ah, okay. So, jetzt ein bisschen darüber. Kaltes Abendessen schmeckt nur halb so gut. Oh, das glaube ich dir. Was gab es denn zum Abendessen? Und was, dass es kalt nicht mehr so gut schmeckt? Ja, super! Komm, iss noch was! Okay, ich glaube, der Große muss irgendwie helfen. Was soll denn der machen? Kann ich mit dem irgendwas machen? Ah, warte, der kann sich jetzt vielleicht... Ah, richtig! Sehr schön! Okay, Vögelein, komm raus! Oh, ja! Guckt euch die Wimpern von dem Tier an! Ach, wie süß! Oh, ich will es haben! Ich will es haben! Ich gucke es mir erst mal an. Hey, du! Oh, Tatsache. Guck mal, es hat Katzenpfötchen vorne. Oh, ist das süß. Oh. Cuteness Overload. Und ein Eulengreif. Wie süß. Nudeln mit Ei und Speck aus der Pfanne. Ah, okay, das schmeckt nicht mehr so gut. Voll süß. Oh nein, bitte nicht, bitte nicht sterben oder so. Nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Das war's für heute. Danke, Felis. Mann, guck durch den Arm. Er hat sein Letztes gegeben, um uns zu retten, damit wir unseren Vater retten können. Ahem.